Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wichtig ist, dass ihr es versucht. Wer will als Erster einen Fehler machen? Was du nötig hast, was jeder von euch nötig hat, hast du schon. Und das nennt man Potenzial. Das ist das unscharfe Licht. Was passiert, wenn wir es fokussieren? Wenn ihr denkt, das war cool, gefällt euch das nächste noch mehr. Passt auf, was passiert, wenn man eine Flasche mit Benzin... Hey!